Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns an den Bericht von Robert Ragen. Dieser hat über Love Revolution geschrieben, welches er mit 4,4 Sternen bewertet hat. Wie seine Mangel im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Heute möchte ich euch Love Revolution von Byte Lindow vorstellen. Bei Love Revolution handelt es sich um einen Kurs zum Thema Beziehungen, der online von zu Hause aus bestritten wird. Byte Lindow arbeitet seit über 20 Jahren zusammen mit seiner Frau Andrea. Er ist tätig als Autor, Coach und Trainer. Bekannt ist er auch als Betreiber des Netzwerkes Human Trust. Byte geht außer dem Seminare zu verschiedenen Themen. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei bei der Selbstverwirklichung als Mensch. Am liebsten setzt er sich mit Berufung, Arbeit und Beziehungen auseinander. Sein bekanntestes Werk ist sein Buch Heirate dich selbst. Ein Spiegel-Bestseller und Ratgeber für Selbstliebe. Eine tolle Ergänzung zu Love Revolution. Das Ziel von Love Revolution ist das Kreieren einer lebendigen Beziehung. Damit bezieht sich der Kurs nicht eingeschränkt nur auf Liebesbeziehungen, sondern auch auf Freundschaften, kollegialen Verhältnissen und Familienstrukturen. Mit einer lebendigen Beziehung meint weit eine Seuche, in der die Partner beiderseits aufblühen. Es geht darum zu zeigen, wie man eine solche Beziehung aufbaut, zu lernen auf jemand anderen und sich selbst bedingungslos einzugehen. Viele Menschen ist nicht bewusst, wie viel Einfluss man auf eine Beziehung auswirken kann. Deshalb wird vermittelt, wie man diesen Einfluss positiv einsetzen kann. Es werden die acht essentiellen Qualitäten einer lebendigen Beziehung besprochen, wie da wären Selbstliebe und Selbstachtung, sanfte Meisterschaft, intelligente Selbstverantwortung, proaktive Schöpfung, erfolgreiche Kommunikation, bewussten Dienen, reife Freiheit und auf der Welle reiten. Diese Qualitäten werden einem näher gebracht, sodass man sie anschließend auf eine bestehende Beziehung, welcher Form auch immer, oder in einer Wunschbeziehung anwenden kann. Es wird versucht, alltägliche Gewohnheiten zu erneuern und durch bessere zu ersetzen, z.B. Angst wird zu freudiger Erregung. Man wird dazu animiert, seine Komfortzone zu verlassen, auf nett zu sein und neue Dinge zu begrüßen, anstatt sie von vornherein abzulehnen. Vorgegangen wird dabei in drei Teilen. Zunächst wird sich um das Ich gekümmert. Hier geht es um die eigene Persönlichkeit, Stärkung des Selbstbewusstseins, die Fähigkeit erlernen, sich selbst zu lieben. Im zweiten Teil steht das Du im Mittelpunkt. Schwerpunkte hier sind vor allem unmissverständliche, erfolgreiche Kommunikation für Konfliktbewältigung unter Partnerthemen. Der dritte Teil letztendlich ist das eine, welches die vier Wunder einer lebendigen Beziehung behandelt. Die vier Wunder nach Weitlindau sind Vergebung, Heilung, Glückseligkeit und Liebe. All diese haben gemeinsam, dass sie von allein auftreten. Voraussetzung allein seien acht Qualitäten. Nach dem bestätigten Kauf erhält man Zugang zu 33 Videos, MP3-Downloads und Arbeitsblätter. Man entscheidet, an welchem Tag der Kurs beginnen soll und das erste Video wird freigeschaltet, welches ca. 20 Minuten beansprucht. Jedes weitere Video oder MP3 hat eine Länge zwischen 10 und 15 Minuten. Empfohlen wird, die Videos vor Tagesbeginn zu schauen, direkt nach dem Aufstehen. Der Grund dafür ist, dass man am Ende jeder Lektion eine praktische Umsetzung nahegelegt wird, welche im Laufe des Tages stattfinden soll. Die Devise von Love Revolution ist Lauschen, Lesen, Umsetzen und Verstehen. Zuerst schaut man sich das Video an oder MP3, wo eine Qualität besprochen wird, dann geht man das Gesagte nochmal durch in Form eines Textes, anschließend erfolgt die praktische Umsetzung und zum Schluss verstehen zu können. Der schriftliche Teil beinhaltet außerdem Fragen, die man beantworten sollte, so dass man alles, was soeben vermittelt wurde, innerlich verarbeiten kann. Weit steckt vor, die Arbeitsblätter und Erfahrungen, die man selbst während des Kurses macht, in einer Mappe auch festzuhalten. Die Mappe soll dabei keine gestalterischen Grenzen haben und eine Ergänzung für den Prozess des Verstehens sein. Love Revolution vereint theoretische Grundlagen, Ergebnisse jahrelanger Beziehungsforschung sowie psychologische Erkenntnisse. Durch die Videos und Meditationen wird das Selbstbild gestärkt und emotionale Kompetenz gefördert. Alles zusammen hilft Beziehungen, allen Ursprungs besser zu verstehen und zu leben. Voraussetzung für eine erfolgreiche Love Revolution ist offen zu sein. Man muss die nötige Bereitschaft mitbringen, alte Gewohnheiten abzulegen, andere Denkweisen anzunehmen und neue Erfahrungen neugierig mitnehmen zu wollen. Ich würde es also einem Sturkopf nicht empfehlen wollen. Ich bin jetzt am Ende des 33-tägigen Kurses angekommen und fühle mich verändert. Zunächst einmal zu den Videos. Die Videos haben eine angenehme Länge, die sich leicht in die Morgenroutine einbinden lassen. Weit kommt sehr sympathisch rüber und zudem auch humorvoll, so dass die Zeit sehr schnell verging. Nach einigen Tagen habe ich mich schon immer auf den nächsten Morgen gefreut und war in freudiger Erwartung auf die nächste Lektion. Besonders gefallen hat mir die Interaktivität des Kurses, war mit jedem Tag dazu aufgefordert oder eingeladen etwas Neues auszuprobieren. Man integriert das gelernte quasi sofort in den Alltag, um so einen nachhaltigen Endeffekt zu erzielen. Die Übungen sind oftmals außerhalb der Komfortzone und erfordern einen Blick über den Tellerrand. Gerade für mich als sehr verschlossenen, intoleranten Menschen musste ich täglich Mut aufbringen. Dennoch spürte ich, wie ich es mir immer leichter fiel und es irgendwann keine große Aufgabe mehr für mich darstellte. Meine sonstige Passivität entwickelte sich zur aktiven Mitgestaltung im sozialen Umfeld. Ursprünglich gedacht war dieses Programm für meine Beziehung zu meinem Partner. Ich wollte erlernen, unsere Streitigkeiten friedlich beiseite legen zu können, da solche bei uns häufig austreten, in stundenlanges Ich-rede-nicht-mehr-mit-dir-gehabe. Darum war ich eben besonders gespannt auf den zweiten Teil, das Du, wo es eben genau darum geht. Die hier genannten Tipps und Blickwinkel waren alle sehr erleuchtend, sodass ich es kaum abwarten konnte, es in einem aufkommenden Streit anzuwenden. Wie erwartet ließ das auch nicht allzu lang auf sich warten und ich beherzigte alles, was gesagt wurde. Ich erinnerte mich während des Konflikts an die Vorgehensweisen und wir konnten den Streit für beide Seiten fair ausklingen lassen. Für mich hat es sich ab hier schon genug gelohnt, da mein Ziel erreicht wurde. Natürlich ist mir auch bewusst, dass sich Streitigkeiten nicht wie auch von Zauberhand auflösen werden oder nicht mehr auftreten, aber eine erfolgreiche Kommunikation ist der Schlüssel für eine gelungene Konfliktbewältigung. Verbessert hat sich aber nicht nur meine Liebesbeziehung, sondern auch mein Verhältnis zum Chef, welches von vielen Komplikationen geprägt war. Auch hier hilft mir Lauf Revolution zu einem besseren Verständnis auf einer tiefen Ebene, von ihm zu mir, so dass der Umgang mit meinem Chef mir wesentlich leichter fällt. Allgemein habe ich sonst eine unangenehme Anspannung gefühlt, wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe, der eine höhere Position als ich innehält. Wenn man sich aber seiner eigenen Stellung bewusst wird und generell seiner selbst, so wird auch dies einfacher. Insgesamt hat es sich für mich gelohnt, die knappen 100 Euro zu investieren, weil ich etwas für mein Leben gelernt habe. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bebette dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de